Irgendwann musste es so kommen. Aus, Schluss, vorbei. Es war überwiegend eine schöne Zeit, aber jetzt ist sie zu Ende. Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wie im Intro schon erwähnt, die Zeit ist vorbei. Heute ist sozusagen der letzte Tag von meinem Urlaub. Es war überwiegend eine schöne Zeit. Ich habe sie genossen, auch wenn nicht alles ganz so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem war es gut, mir die Auszeit zu nehmen. Ich habe viel gesehen. Ich habe natürlich auch an meinen Videos gearbeitet. Ich habe neue Ideen entwickelt und gehe jetzt mit neuem Schwung und ganz viel Vorfreude an meine neuen Videos ran. Deswegen fange ich auch mit einer ungeplanten Kaffeepause an. Ihr wisst, Kaffeepause heißt Kaffee. Und möchte euch kurz sagen, was ich mir im Urlaub alles überlegt habe. Was kommt? Wie es aussieht? Und alles das möchte ich euch jetzt zeigen und fange mal an mit einer Sache, die ich so noch auf keinem anderen Kanal gesehen habe, bei mir auch ganz neu ist. Und zwar möchte ich euch meinen vorläufigen Sendeplan zeigen. Und zwar ist das kein endgültiger Plan, sondern das, was ich mir so vorstelle, was ich eventuell die nächsten zwei Monate euch zeigen könnte. Das Ganze ist natürlich auf Mittwoch, Samstag aufgeteilt, so wie ihr es von mir kennt. Am 3.8. plane ich eine Woche am Arm, Wander aktiv sehe Ruhe. Am darauf folgenden Sonntag gibt es ein Video, was ich richtig feiere. Und zwar wird das sein, mein Manufakturbesuch bei Borgwart in Effringen-Kirchen in meinem Urlaub. Ich war einen ganzen Tag vor Ort. Ich werde dieses Video entgegen meinen üblichen Sendezeiten auch abends starten. Und ich hoffe sehr, dass der Jürgen Beetz, der Chef und Inhaber von Borgwart, in dem Chat dabei sein wird, um direkt eure Fragen zu beantworten. Am 10. August geht dann meine Serie über Bruno Söhnlündos mit dem Übersichtsvideo, Vorstellungsvideo, was ist das für eine Marke, wo positionieren sie sich. Am darauf folgenden Samstag kommt dann eine Uhr, die ich mir im Urlaub gekauft habe. Ein Review-Video zur jungen Hans Sola. Am 17. August kommt eine weitere neue Marke auf meinem Kanal. Mark & Sons ebenfalls. Das Intro-Video, Übersichtsvideo, wo kommen die her, was machen die, wie positionieren sie sich und so weiter. Am 20. August kommt ein Video, Guinan Behind the Scenes. Ich habe mit dem Herrn Klü von Guinan gesprochen. Ich kann mir alles anschauen, nicht nur den Verkaufsraum, sondern auch andere Räume, die für Zuschauer und Besucher üblicherweise nicht zugänglich sind. Also das wird, glaube ich, auch ganz interessant, dieses Video. Dann geht es weiter mit einem weiteren Bruno Söhnle-Video. Dann am 27. August ein weiteres Highlight, auf das ich mich unglaublich freue. Ich habe bei Borgwart ein Uhrenseminar gemacht. Einen ganzen Tag vor Ort habe ich meine eigene Uhr gebaut. Das heißt, erst mal das Werk auseinandergenommen, Werkteile veredelt, das Werk zusammengebaut. Alles das an einem Tag. Das Video, was ich gemacht habe, habe ich mit insgesamt drei Kameras gefilmt. Ich habe über dreieinhalb Stunden, selbst nachdem ich alle Aufnahmen synchronisiert habe, sind es netto dreieinhalb Stunden. Ich bin gerade noch im Schnitt. Ich vermute, wenn das Video fertig ist, werden es satt über zwei Stunden. Kann also gut sein, dass ich da zwei oder drei Videos draus mache. Werk zerlegen, Werk veredeln, Werk zusammenbauen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Wenn ich da mehrere Videos draus mache, dann verschiebt sich natürlich der nachfolgende Sendeplan entsprechend etwas. Am 31. August habe ich meine Junghans Solar eine Woche am Arm im Programm mit meinen Aufnahmen aus dem Urlaub, wo ich gewesen bin, was ich gemacht habe, was mir passiert ist, warum ich eventuell den Urlaub auch abgebrochen habe. Alles das wird in diesem Video sein. Dann im September geht es los mit meiner Glashütte-Serie. Endlich lange versprochen. Ich kriege einen trockenen Mund vom Reden. Lange versprochen. Jetzt geht es endlich los. Im September kommt die Glashütte-Serie ins Rollen und startet. Im September soll es auch wieder ein Podcast und ein Quiz geben. Dazu möchte ich aber noch ganz kurz was sagen. Ich habe mich im Urlaub mit dem Thema YouTube-Algorithmus beschäftigt. Wie zeigt YouTube die Videos neuen Zuschauern? Wonach richten die das? Und wie genau werden die Videos verteilt? Und wie wird ein Kanal bewertet? Und das hängt sehr stark davon ab, wie die Stammzuschauer auf die Videos klicken. Wenn viele Stammzuschauer auf die Videos klicken, werden die Videos auch weiteren neuen Zuschauern gezeigt. Jetzt habe ich zwei Formate, die extrem unterdurchschnittlich angeklickt werden. Und das ist eben genau das Uhrenquiz und der Podcast. Das Uhrenquiz noch stärker als der Podcast, aber beide haben extrem unterdurchschnittliche Klickzahlen. Das heißt, diese beiden Formate schaden eigentlich meinem Kanal, machen mir aber unglaublich viel Spaß. Ich weiß auch, dass die, die regelmäßig drauf klicken, diese beiden Formate sehr mögen. Ich werde sie also zunächst beibehalten, aber vielleicht nicht mehr regelmäßig alle vier Wochen senden, sondern vielleicht auch nur alle fünf oder sechs Wochen, je nachdem, wie viele andere interessante Sachen ich habe. Bisher war es so, dass, wenn ich etwas Interessantes hatte, aber ein Quiz oder Podcast anstand, ich versucht habe, den Quiz-Podcast-Rhythmus einzuhalten und andere Videos dann nach hinten zu verschieben, das werde ich so ein kleines bisschen umstellen und beobachten, wie sich das auswirkt. Hat es keine Auswirkungen, dann lasse ich es dabei. Hat es aber starke Auswirkungen, dass ich meine wenig geklickten Videos seltener bringe, dann muss ich nochmal darüber nachdenken, was ich mit diesen Formaten mache. Nur als kleine Vorab-Info für euch. Dann habe ich eine weitere Neuerung, das werdet ihr bei den Mark & Sons Videos sehen und eventuell auch bei der Junghans. Das Video habe ich noch nicht gedreht. Ich habe rum experimentiert, meine Uhren-Reviews mit zwei Kameras zu drehen, um euch die Uhr aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zeigen zu können. Ich habe diese beiden Aufnahmen synchronisiert, sodass man wirklich exakt parallel sieht, was ich mache. Das habe ich übrigens auch bei dem Uhren-Seminar gemacht. Da habe ich auch mit zwei Kameras gearbeitet und die synchronisiert. Schreibt mir doch bitte unbedingt in die Kommentare, ob und wie euch das gefällt, denn der Aufwand ist deutlich höher, ein solches Video zu machen. Und nur wenn ihr sagt, das bringt echt einen Mehrwert, dann mache ich das. Es geht, das werdet ihr in den Videos sehen. Aber wie gesagt, es bedeutet für mich einen deutlich höheren Aufwand in der Aufnahme und im Schnitt. Aber ich persönlich glaube, dass die Videos dadurch wirklich gewonnen haben und auch qualitativ deutlich besser geworden sind. Dann ein weiterer Punkt, den ich anbringen möchte. Ich habe mir eigentlich als Ziel gesetzt, solange ich es irgendwie kann, jeden ersten Kommentar zu beantworten. Das heißt, ich beantworte nicht jeden Kommentar auf einen Kommentar auf einen Kommentar auf einen Kommentar, sondern jeden ersten Kommentar unter einem Video möchte ich kommentieren. Darauf möchte ich eingehen. Was ich zukünftig nicht mehr kann und auch nicht mehr machen werde, das sind in den Kommentaren individuelle Beratungen, die sich über mehrere Fragen hinziehen. Ich habe das heute mal als ganz konkretes Beispiel für euch mitgebracht. Es handelt sich dabei um die Mühle Rescue Timer, die ich am Arm habe. Einer schrieb unter meinem Video, tolle Uhr, wie zufrieden bist du mit der Uhr? Ich habe geschrieben, ich bin sehr zufrieden, gab nichts auszusetzen. Nächste Frage, welche ist besser oder welche ist robuster? Die Rescue Timer oder die Uhr 1? Meine Antwort, ich sehe beide ungefähr gleich auf, beide haben Vor- und Nachteile. Nächste Frage, wie zufrieden bist du mit der Kautschuklinette der Rescue Timer? Zerkratzt die leicht, ist die haltbar? Meine Antwort, ich habe keine Probleme mit der Uhr. Für mich ist das absolut in Ordnung. Nächste Frage, wie lange hast du die Rescue Timer? Und das war so ein Ping-Pong-Spiel. Das waren in Summe 10 oder 15 Minuten. Und ich habe zwei oder drei solcher Anfragen pro Woche. Wenn ich das auf den Monat hochrechne, kann ich da locker ein, vielleicht sogar zwei Videos machen, anstatt diese Kommentare zu beantworten. Das wird mir schlicht zu viel. Deshalb werde ich solche Ping-Pong-Spiele und solche individuellen Beratungen nicht mehr machen. Dafür gibt es ausreichend gute Foren. Dafür ist mein Kanal und insbesondere auch die Kommentarsektion unter den Videos nicht gedacht. Das kann ich nicht leisten, zumal nicht alleine auf dieser Plattform. Ich bitte da entsprechend um Verständnis. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, den ich richtig toll finde und auf den ich mich... Es wird immer trockener in der Mund. Es ist sehr warm hier. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, auf den ich mich unglaublich freue. Ein Zuschauer von mir, Harping1, schrieb mich an und sagte, er wird bald Urlaub im Schwachzeug machen, ob ich nicht eventuell ein paar Tipps für ihn hätte. Ich habe ihm ein paar Ausflugsziele genannt, ein paar Wanderungen, auch andere Sachen, die sehr lohnenswert sind, sich anzuschauen und natürlich auch diverse Uhrenmarken, wo man gut und gerne vorbeischauen kann. Er hat geantwortet, er war da und er hat es sehr gefeiert, hat auch viele Fotos gemacht, Tipps waren gut. Und da kam mir die Idee, dass YouTube ja für die Kanäle einen sogenannten Community-Tab anbietet. Ich blende euch das hier mal ein. Und dort kann man nicht nur Texte, Umfragen und Videoclips zeigen, sondern auch Fotos. Und meine Idee ist, dort eine Art Star-Club unterwegs zu etablieren. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, eine neue Uhr habt, irgendetwas zeigen möchtet, auf einer Messe wart, bei einem Juwelier etwas Außergewöhnliches gesehen habt, eine Werksbesichtigung gemacht habt, euch mit Freunden getroffen habt und außergewöhnliche Uhren habt, schickt mir gerne die Fotos davon. Ich blende euch hier unten eine E-Mail-Adresse ein, schreibt vielleicht noch zwei, drei Kommentare dazu. Das muss kein Aufsatz sein. Und dann poste ich das gerne auf meinem Community-Tab, sodass alle davon auch etwas haben, das miterleben können. Ich möchte das nicht explizit auf deutsche Marken beschränken, sondern auf interessante Uhren allgemein. Wenn euch das gefällt, schickt mir das gerne. Und ich verspreche euch, alles, was einigermaßen erkennbar ist an Fotos, werde ich posten. Und bin sehr gespannt, wie das ankommt, wie ihr darauf reagiert. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, das war jetzt meine Kaffeepause. Ich bin super gespannt, was im August, September alles auf meinem Kanal abgeht. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bleibt mir gewogen, schaut euch meine Videos an. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.